servus freunde ja ich habe mir hier ein neues led band reingebaut das hat einen richtig schönen weiß ton geht also tatsächlich einmal ringsrum ja zusätzlich habe ich mein solarpanel auf dem dach runter gemacht weil es mir zu schwer war ich habe das jetzt ganz stark gemerkt als ich die wandstraße entlang gefahren bin ja das teil hat sechs kilo gewogen also schon heftig ich hätte nie gedacht dass das gewicht schon so viel ausmacht also wie gesagt baut euch kein normales solarpanel aufs dach das bringt echt gar nichts nimmt die flexiblen die sind besser allerdings muss man da stark aufpassen dass man die nicht knickt beim aufkleben sonst sind sie kaputt ja ich wollte euch jetzt noch ein projekt vorstellen tatsächlich deswegen habe ich das video überhaupt erst gestartet ich habe vor mit dem lieben schmolli zusammen eine deutschlandtour zu machen im oktober von der pfalz aus nach bremen hoch ja das sind so ungefähr 600 kilometer die mal vor haben zu fahren in drei tagen also eine richtige hausnummer es geht auch ehrlich gesagt nicht darum im camper da hochzufahren wir wollen das zelt und so mitnehmen oder ein tab je nachdem ja und wollen das quasi so als sportliche herausforderung sehen genau seit mal gespannt ich werde da höchstwahrscheinlich auch ein video von machen genau bis dahin gibt es noch einige treffen tatsächlich dieses jahr bin ich auch mal tierisch darauf gespannt was dann noch so kommt höchstwahrscheinlich werde ich auch nach gera fahren und mal die anderen leute so kennenlernen so weiter planen also das war es eigentlich auch schon also bis zum nächsten video ciao